auch hallo von mir mein name ist konrad und das ist hendrik und wir haben uns die letzten zwei tage mit dem projekt paramedic auseinandergesetzt genau was waren die probleme die wir versucht haben zu lösen zum einen eben sind wir beide in der feuerwehr und sind da oft mit geschlossenen software lösungen konfrontiert wurden die wir selber eigentlich gar nicht unbedingt benutzen wollen die uns eben in eine abhängigkeit bringen mit dem software anbieter und das ist für uns jedenfalls eine kritische infrastruktur die eigentlich nicht geschlossen sein sollte und deshalb haben wir uns eben dafür entschieden dieses projekt eben an zu dieses problem eben anzugehen in unserem projekt paramedic genau unsere lösung ist eben ein dezentrales system der server ist frei für jeden verfügbar den kann man einfach aufsetzen da werden wir gleich auch noch mal erzählen wie wir das im detail gemacht haben und die anwendung ist eben sowohl für die retter gedacht als auch für die leitstellen die eben also eben den ganzen life cycle einer alarmmeldung haben wir eben versucht abzudecken und eben eine leichte zugänglichkeit wird eben angeboten durch webtechnologien dann im frontend genau wie haben wir das genau gemacht ja genau das frontend für die leitstelle besteht aus einem java swing komponent komponent und die hat dort eine karte angezeigt von open street map die in einem japan angezeigt wird und dafür genutzt haben wir eine web reader und jetzt zur datenbank und das back and erzähle ich konnte noch was genau das frontend der leitstelle sendet dann eben die daten mit der alarmmeldung an den server der kann eben von jedem betrieben werden wie eingangs schon erwähnt den habe ich in peifen genau in django geschrieben und wir haben zusätzlich auch noch die movers api eingebunden das wird vom bkk bereitgestellt das ist das bundesamt für katastrophen schutz und vorsorge und da hat man eben noch mehr informationen über die eigentliche alarmmeldung hinaus genau wir haben der sql datenbank über django benutzt und eben zum alarmieren websockets und eben den webworker das ist eben auch auf handys gut funktioniert genau jetzt zur demo genau wie bereits erwähnt als das frontend einem java programm geschrieben dort kann die leitstelle dann sich einloggen und dann besteht da die möglichkeiten sämtliche wie fragen der feuerwehr diese fünf stück abzufragen da habe ich jetzt mal ein paar testdaten die man da eintragen kann das wäre zum beispiel hier im museum dresden das wäre als person hat mir die mustermann und der notlage fallen wäre eine person die notlage ist und es eine personen notlage und es gibt keine anmerkung dann wählen wir hier den server aus welcher welches gesendet wird und alarmieren damit die rettungskräfte und dann wird der leitstelle direkt die karte angezeigt mit dem standpunkt wo das geschehen passiert ist und auf der app sieht man dann noch eine alarmierung die zeigen wir uns gleich in der präsentation noch mal genau das ist die einlog seite dass der speck ist des frontends für die nutzer das sieht dann so aus wenn sie keine einsätze haben unten ist das wo was system welches jetzt gerade die kohle nachrichten zeigt oder andere notstände in der bundesrepublik so sieht doch mal das von aus was ich eben schon gesehen haben und so wäre es dann im frontend für die nutzer in der app aus wenn eine notlage passieren würde und dann mit auch der karte wo es ist und was genau der betroffen das passiert ist und was jetzt noch als ausblick für die zukunft haben wer eine push-up notification zu erweitern damit man das ordentlich mitbekommt und dass man natürlich noch mehr anwendungsfälle die in der app vor eingestellt sind für andere anwender noch zu guter letzt danke für eure aufmerksamkeit und vor allem für unser mentor yuki